Na alle zusammen, ich bin Süddeutschler und schau euch wieder für euch in Städtel Lenz unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder ein paar große Bergungskisten angucken. Und schon habe ich da schon ein paar gefarmt. Wir haben insgesamt 20 hier auf einem Stapel und die möchten wir jetzt einmal öffnen. Und dazu bin ich jetzt auch schon einmal hier in der Garnision an der Wiederverwertung. Das ist ein Gebäude, das wir hier bauen können und mit dem können wir die einmal öffnen. Denn ich ziehe euch einmal den Chat hier hoch. So, okay, auf geht's. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen was raus. Hier unten seht ihr, ich brauche noch ein paar T-Mock-Teile raus. Eine Axt und zwei Plattensachen, einmal Füße und einmal die Taille. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Die Dinger droppen leider immer echt ein bisschen schlecht tatsächlich. Früher waren da auch noch ein Haufen andere Sachen drin. Teilweise auch BOE-Items, die man dann für einen Haufen Gold verkaufen konnte. Das hat Blizzard leider rausgenommen. Aber die Zets sind für mich als alter Transmog-Sammler natürlich auch interessant, dass ich das hier in der Garnision mal so langsam fertig bekomme. So, wir haben eine Axt rausgekriegt, aber die leider die falsche, so wie es aussieht. Ja, das ist die falsche Axt. Schade. Schade, schade. Ist da jetzt sonst noch so alles drin? Ja, gut, das sind halt diese Rüstungsteile, ne? Die bringen mir leider auch nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch... Ach, ernsthaft! Ich kriege... Warte mal. Muss ich da an irgendeinem bestimmten Speck sein? Tank oder... Was ist das? Furry? Was bin ich für ein... Ich habe Schutz, ne? Also ich müsste eigentlich die andere Axt auch kriegen können. Also ich weiß es halt nicht, ne? Beziehungsweise bin mir nicht sicher, ob die Kisten auch mit der Spezialisierung irgendwie beeinflussbar sind, aber lieber stellt man es mal um. Ja, schöne Scheiße. Satz mit X, das war wohl nichts. Ich habe zwei Äxte rausgekriegt, aber zweimal die falschen Äxte. Und ja, das heißt für mich jetzt erstmal wieder ein paar Kisten farmen. Und sobald ich wieder 20 Stück zusammen habe, melde ich mich und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht wieder ein bisschen Lackhammer und einen Teil kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.